Ja. Jetzt lassen wir Basti mal kurz umziehen. Der braucht einen kleinen Wechsel. In der Zwischenzeit machen wir bzw. heute mit Freie Unterstützung von Otto Nova Upgrade Your Health. Wenn ihr eine private Krankenversicherung haben möchtet, dann schaut euch mal Otto Nova an. Ihr könnt dort eure Gesundheit in einer App organisieren ohne Papierkram. Und das hört sich alleine schon gut genug für mich an. Um mal zumindest nachzugucken, ist es was für mich? Ich habe nachgeguckt, für mich ist es nichts, aber vielleicht ist es was für euch. Ihr habt eine Timeline in der App, wo drinsteht, was ihr so für Termine habt. Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Ihr habt einen Concierge-Service mit 24-7, da könnt ihr Termine ausmachen, ihr könnt Fragen stellen, auch Fragen zu Versicherungen oder gesundheitliche Themen. Ihr könnt dort eure Arztrechnungen innerhalb von maximal 24 Stunden nach dem digitalen Einreichen der Rechnung auf dem Kontogut geschrieben haben. Ihr könnt einen digitalen Arztbesuch nutzen, wenn ihr eine Kleine gehabt habt, wenn ihr eine Krankschreibung braucht. Müsst ihr nicht aus dem Haus. Ihr könnt es über einen Videochat machen. Sie sagen, die Beiträge bleiben stabil, stabiler als die von allen anderen Krankenversicherungen, weil Otto Nova mit einem Zins rechnet, der auch in Zukunft sicher gehalten werden kann. Euren eigenen Beitrag könnt ihr auf der Seite mal ausrechnen. Ihr könnt auch den Concierge fragen dort auf der Seite und sehen, ob das was für euch ist. Die Beiträge mögen sich individuell unterscheiden. Beispielrechnung, die sie angegeben haben, ist eine vierköpfige Familie in der gesetzlichen 850. Bei Otto Nova lässt sich das auf 780 reduzieren. Ihr geht auf ottonova.de slash bits und könnt dort ein E-Book runterladen, ein PDF, wo drin steht, wie das mit der privaten Krankenversicherung so läuft. Und wenn ihr dort das E-Book bestellt, kostenlos, dann habt ihr auch eine Möglichkeit, ein Ticket für die Bits & Pretzels 2018 zu gewinnen. Ihr geht auf ottonova.de slash bits und könnt ihr auf der Homepage auch nochmal anschauen das Video mit Frank Thelen von der Höhle der Löwen, der sagt, diese Krankenversicherung ist ein Gamechanger. Herzlichen Dank für die Unterstützung.